Ja, Michi hat eben hier schön Pause gemacht. Ich spiele jetzt weiter in der achten Folge von The Last of Us. Das heißt, kein Horchi-Modus? Richtig. Down we go. Ja, lass uns zuhören. Ja, aber nicht direkt, oder? Guck mal hier, ist besser. Was pfeifen da so? Waren das irgendwelche Tauben? Oder sind das wieder diese Runner und Lurker und Clicker? Das waren eben Tauben. Wie ich sehe schon, wie ich es halt vor Tauben aber panisch zusammenschricksen. Was ist denn da? Ach so, hat nur so durch den Stein geleuchtet. Ich meine, es geht da runter. Ja. Wir sind nämlich alles gerade sehr an die Startlevel aus Enslaved. Und dann, wenn wir zurückkommen sind, können wir es einfach ein bisschen Zeit nehmen. Du willst es einfach Zeit nehmen? Hey, du bist derjenige, der immer mit dem Weg geht. Und du hast mich immer ausgelöst. Well, oh, this time. Unglaublich, wenn ich es sehe. Geh doch mal da hin zurück, wo du herkommst. Ich kam von hier. Dann da vielleicht hoch. Genau. Du bist ja ein Fuchs. Dann haben sie dich mal an den Bade lassen. Leider hat das auch mal nötig gehabt, wer weiß. An geht's mal nix. Da durch durch den Schacht. Wo der drin liegt. Wo der drin liegt. Ach, der Typ. Ich bin irgendwie grad so bisschen... Ja. Du hast ja mich. Sehr gut. Wir sind auch nur so überlebensbar. Das Michi-Navir. Kommt die auch mal mit? Na, wollen die nicht. Nein, ne. Die lassen jetzt erst dich wieder von Zombies zerkaut werden. Und dann bequemen sie sich. Hier. Da waren wir eben. Kannst du da vielleicht irgendwie hoch... Hier außen rum kann man... Ja. Ups. Da. Was ist Oliver? Was steht da? LFF, oder? Ja. Okay. LLF. Du hier. Komplette Orientierung verloren. Was haben wir denn jetzt? In der... Beim Bastel-Bastel zu Hause. Da liegt rechts was. Ja. Da müssen wir uns hier die Haxen brechen. Zack, 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 zack. Was haben wir denn alles? Ja, bau doch mal ein Mad-Kit. Ich bau mir das mal hier. Ein paar Messerchen. Eins kannst du bauen. Und ein... Mad-Kit. Sehr gut. Dass man da gar keinen Hack für braucht, oder? Hm? Dass man da keinen Hack für braucht. Bei das Mad-Kit. Ist ja auch nicht das original Game-Tube-Mad-Kit. Ja, das stimmt. Ist auch momentan... Ausverkauf. Oh, guck. Nochmal fünf Punkte hier. Wieviel 20 brauchen wir für das... ...dürfste Update? Firefly. Ja. Diese Leute sind nicht gut in oder aus der Stadt. Ich hoffe, dass jemand hier ist, um uns zu treffen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Guck. Mit L1 kann man die im Bogen werfen, um Gegner in Deckung zu treffen. Geh sorgsam mit deinen Vorräten. Und für Molotow-Cocktails brauchst du die gleiche Bestandteile wie für Medi-Kids. Guck an. The Drop-Off. Ja, da sind noch mehr Zeug. Da wäre auch gleich nochmal die Bauteile für einen weiteren. Achso. Das ist auch noch mit. Das sind ja ganz schöne Auswahl nachher an Sachen, die man so benutzen kann in so einem Kampf. Ja, aber von allem hast du nicht sonderlich viel. Nee. Da liegt noch was bei der Leiche. Ein Brief. Guck, darfst du vorlesen. Das ist eine Karte. Vielleicht darfst du auch nicht lesen. Na doch. Triff dich mit dem zweiten Firefly-Team am Rathaus. Mädchen, 1,60, 14 Jahre alt, rot. Das wollen also zu uns. Das... Hä? Hä? Das waren doch die, die den Auftrag hatten, sich mit uns zu treffen. Eindeutig mit Ellie. Ja. Die könnte bei uns als Playerin werden. Ja. So aufmerksam wie die ist. Das ist aber cool, oder? Mit der Lampe. Oh! Licht aus! Das kann uns nicht sehen. Die sind gegen Licht unempfindlich. Okay, Joel, du gehst Punkt. Ich schaue die Luft. Ellie, egal was, bleibst du direkt an seinen Händen. Klar. Du bleibst stark. Das ist aber nicht nur eine. Also du glaubst, alle von denen können uns nicht sehen. Also... Ich glaub, die Läufer können uns sehen und die Klicker nicht. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Elle leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Oder nicht rüttelst dann immer, wenn sie dich erkannt haben. Alter! Kann ich den Leise von hinten ausschalten oder hören das die anderen? Weiß ich nicht. Du hast ja noch ein Messer. Mit dem Messer war das eigentlich verhältnismäßig... Geholt ziemlich fix, ne? Aber wenn der halt beidreht, dann kommt von rechts auch was. Was? Da liegt was am Boden. Das sind andere Sorgen. Was ist denn das da? Da liegt direkt was vor dir am Boden. Okay. Hast du gesehen, dass da... Okay, jetzt kann ich aufpassen. ...liegt der Kaut auf dem rum. Geradeaus, direkt vor dir. Da hab ich vorhin fast in den reingelaufen. Okay, hab ich überhaupt nicht gesehen. Du meinst ein anderer Typ? Ich dachte, da liegt irgendwas blöde blöde gegenstand. Sag doch was! Du Hörer. Oh Mann. Kann ich den nicht verkloppen, Alter? Du hast ihn getrennt! Ich glaub, das war laut. Der hat eskalatet quickly. Ah! 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 Das sollst du nicht tun, Fisch! Ah! Wir brauchen gar nicht so viele Messer. Boah, fuck, fuck, super fuck hier alles. Kannst du nicht noch ein Messer bauen? Ich glaube nicht. Ich will den gleich abstechen da. Ich glaube nicht. Ah, der kommt nochmal zurück. Der kommt gleich wieder zurück hier, ja. Ist so ein bisschen Sackgasse hier. Vielleicht, dass du dich erstmal darauf konzentrierst, nur die Klicker abzustechen mit den Weil die sind am gefährlichsten, ja. Das stimmt. Ist das da, also ist das alles Maul da oben? Ich glaube schon. Und jetzt den da in dem Innenraum als nächstes. Ja. Du kannst aber keins mehr bauen, oder doch? Ne. Klinge fehlt. Ich kenne da einen. Boah! Da kommt noch einer von hinten. Oh, da ist glaube ich auch einer dazugekommen. Martin war übrigens früher Scatman, John. Die Karriere lief nicht so gut. Ich finde es aber auch blöd, dass ich nicht proaktiv dann voll einen reinzimmern kann. Vielleicht kann ich es ja doch. Ich mache es halt bloß nicht, ne. Das sind drei Stück von den Klickern, oder? Nichts, nichts. Alter, die macht... Die werden immer schlechter. Ja, das ist eklig. Das ist in der Tat eklig. Jetzt warte ich halt dann erstmal hier, bis er wieder zurückgeht. Das ist das Safeway. Dann von hinten. Das klappt ja ganz gut. Den anderen da hinten kriegt man auch... Warum hat er mich dann gehört? War dieser Kill zu laut das eine Mal? Oder stand ich im offenen da rum, ne? Naja, du standest zu lange an diesem Betränkeautomaten in seinem... Klicker-Radius. Ja. Jetzt hätte ich gerade fast gesagt Sichtkegel, aber höh höh. Boah, Alter. Wie irratisch der auch immer rumfährt, oder? Den erstmal... Erstmal die Klicker ausschalten, weil die ist echt gefährlich. Die schalten wir zwischendurch noch... Hä? Wo ist denn meine Metallstange hin? Gibt's nicht mehr... Ja doch, die wird doch unten gerade angezeigt. Ganz kurz... Ja, die hast du halt als Nahrkampfding, wenn du nicht rumhaust. Ja, aber ich musste ja auch so auswählen können einfach... Wieso? Wenn du Viereck drückst, haust du doch damit rum. Achso, stimmt. Okay. Ja, weg ist es. Alles cool. Ja, super cool. Ich fähle trotzdem noch die Pistole aus als Notfalllösung. Obwohl mit meinen Aiming-Künsten... Ja, genau. Du Teufelskerl. Hab solche Angst. Wenn sie nur einen Modus eingebaut hätten, mit dem man sehen könnte, wo die sind, ne? Ich befürchte übrigens, dass hier also... Nicht um dich unnötig noch... Panischer zu machen. Hallo? Äh... Hier zwischendrin auch immer mal wieder welche von den normalen am rumkauen liegen. Ja, mir wurscht. Ich kümmere mich erstmal um die Clique. Der geht doch jetzt in der Patrouille durch. Ja, das ist doch eh schon fast vorbei. Dann lass ihn doch sein. Hm. Sowas geht natürlich auch. Hast recht. Ich bin immer so einer, der immer alle ausschalten will. Man kann natürlich einfach hier auch sich verpissen. Ne, ich glaube, du hättest eher hin... Da steht einer direkt vor dir. Aber wo wollen wir überhaupt hin, ist die Frage halt, ne? Die Richtung hätte ich eher gesagt. Probieren wir das mal. Ja. Aber vorsichtig ist der Clique, der nicht gleich wieder von rechts kommt. Ja, ja. Wenn man langsam unterwegs ist, müsste eigentlich auch gehen. Da ist einer. Ja. Kannst du da drüber kraxeln? Dann irgendwie das Fenster links? Ja, ja. Klar, ich gucke erst mal um. Da ist auch eine. Sehr schön. Da ist noch... Alter! Du kannst ja ablenken. Wenn du den Ziegel... Ne, der wirkt aber eh. Der guckt nicht her, oder? Der guckt zu dir her. Der guckt zu dir her, ja. Du brauchst bestimmt zwei Headshots. Nimm den Ziegel und schmeiß ihn nach rechts. Dass der wegläuft. Dass der... Da zu ihr. Ja, das... Da so hin. Ja, genau. So, bestimmt den hier links von mir angelockt. Der ist an mir vorbeikäst. Den interessiert es überhaupt nicht. Den interessiert es alles nicht, der blöde Kackarsch. Dann gleich gehen wir mal rüber. Steady. Jetzt schmeiß mal was nach hinten. 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 Komm ich hier raus? Warum komm ich hier nicht raus? Warum komm ich hier nicht raus? Warum komm ich hier nicht raus? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht's da durch den Fahrkarten-Aubstand durch? Ich will doch hier nur raus. Woher weiß ich denn wohin ich muss? Nach oben vielleicht? Nach oben? Wahrscheinlich. Guck mal nach oben. Ich glaube ich muss nach hinten vorbei. Ich hab kein Dings mehr, ne? Kann ich den erwürgen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, eher nicht. Messer hab ich auch nicht mehr. Ja, fff. Ich guck nochmal ganz kurz, dass ich es nicht irgendwie übersehen hab. Nee. Da hoch kannst du auch nicht hinter dir, oder? Ne, da ist nichts. Mit diesem Spalt hinter dir an der Decke? Da. Da so nach oben. Guck mal nach oben. Da hoch. Da hoch. Oh. Wie denn? Hinspringen. Geht das nicht? Probier es mal. Na, springen gibt es ja so nicht. Ne. Dann macht er nichts. Kann man hier so hoch zu klettern? Geh wieder in die Hocke. Geh wieder in die Hocke. Dann ist es wahrscheinlich doch eher da aus der Richtung, wo der gerade entlang läuft. Aber schmeiß doch dann den Stein in den Gang entlang. Schmeiß den hier mal hier hin. Dass sie sich da in die Richtung verpissen. Nicht zu weit. Jetzt hast du nicht mal ein Geräusch gemacht, oder? Da rein und geschwind. Ja, geschwind mache ich jetzt mal besser nichts. Das ist aber auch nicht richtig, oder? Ich bin erstmal woanders, als ich eben war. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das kann aber nicht sein, dass man die wirklich tatsächlich alle umbringen muss, oder? Ne, es sind viel zu viele. Wohin soll ich denn? Was soll das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwie sind die erstmal woanders beschäftigt grad. Geh mal da noch. Ach vielleicht. Boah. Da ist schon... Ja ja... Ich kann mich von hinten anschleichen, oder? Der guckt sich doch direkt an. Das war ein normaler Halt. Boah. Er hat weggeguckt. Ja. Du Teufels. Kerl. Hö, stand da eben? Ich hab's nicht verstanden. Ach, Kombination erforderlich. Komisch. Boah. Nichts drin. Alter. Ich geh mal die Kombination suchen. Oh, er kann mein neues Messer bauen. Hä? Hast du doch eine Klinge eingesammelt mit ihm, oder nicht? Ja, da kommt einer. Unten bleiben. Boah, ist das spannend, ey. Die Flasche macht sogar, glaub ich, mehr Lärm. Ja. Das dachte ich mir eben auch schon. Ich glaub, du nach links weiter kannst. Ich glaub, ich nehm erst mal noch den Backstein, lenke ihn damit einmal ab und ihn an die Flasche. Weil die ja grad schon wieder so blöd hier rumeiern. Ja, jetzt. Ja, jetzt bist du ja nur wieder am Anfang. Das hört sich voll nah an. Jetzt sind wir doch nur wieder am Anfang, oder nicht? Exit. Ja, toll. Danke. Wenn du gute Ideen hast, wo ich hin soll, ich höre gern auf dich. Ich bin so ein bisschen... Ja, der sieht uns nicht. Der hört uns. Und wenn wir uns leise bewegen, geht das eigentlich? Ich dachte tatsächlich, dass das, wo wir vorhin waren, dass das der Ausgang sein muss. Da, wo der Fahrkarten-Auto-Stand war und so... Ja. Hätte ich auch gedacht, aber da war ja nichts oder? Ich hab ja nichts mehr sehen. Können wir auch gern nochmal zurück. Ja, geh nochmal dahin zurück. Gute, dass die alle solche Schlendriane sind. Ja, ich hab echt mal. Du kannst da wirklich nicht hochklettern. Ich probier's nochmal. Wenn du einen Vorschläge hast, wo ich's da probieren soll und was ich da probieren soll... Ja, was zeigt er denn eben? Da, guck mal, da leuchtet was. Das haben wir vorhin übersehen. Oh nein! Oh nein! Egal. Meine Nerven, ey. Und ich sag's doch. Meine Nerven. Ja, jetzt haben wir hier muskulöse Bartträger zuerst. Alter, da haben wir noch ein bisschen was Spannendes erlebt. Ja, ich glaub, wir machen jetzt hier mal kurz eine Verschnaufpause. Boah, ich bin zweijahriger Alter. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann. Ciao! Ciao!